Kennen wir uns? Ja, worum geht es? Was? Ich versteh nicht. Ich hab was übersprungen, ne? Scheiße. Schon okay. Wir sind ja auch leise. Was? Ich versteh nicht. Was ist mit ihm? Wieso nicht? Ich verstehe überhaupt nichts. Wer sind Sie eigentlich? Ich weiß nicht, was Sie damit andeuten wollen. Was? Wie bitte? Wollen Sie von John? Geht es um Geld? Sie sind ein Stalker, oder? Ich hab schon von Leuten wie Ihnen gehört. Was reden Sie denn da? Sie sind ein Psycho! Hilfe! Hilfe! Und lassen Sie mich in Ruhe! Ah! Fertig.